Was ist die Großzügige Auslegung? Großzügige Auslegung geht nur, wenn es noch im Rahmen des Gesetzes ist. Und wir müssen ja auch bedenken, dass das Arzneimittelgesetz deswegen hohe Anforderungen an das Zulassungsverfahren hat, weil es natürlich wichtig ist, dass Impfstoffe oder Arzneimittel sicher sind. Und wenn Sie an den Konterganskandal denken in den 90er, 60er Jahren, dann werden Sie verstehen, dass wir solche Fälle verhindern wollen, wo es durch die Einnahme eines Arzneimittels oder Impfstoffes zu schweren Schäden kommt. Und deswegen haben wir hohe Anforderungen an das Zulassungsverfahren. Das ist erstmal der Grundsatz. Wenn Sie jetzt aber ins Infektionsschutzgesetz schauen, in seiner neuesten Fassung, dann werden Sie sehen, dass in dem Paragraf 5 es eine Ausnahmevorschrift gibt, die es dem Bundesgesundheitsminister erlaubt, wenn der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt, Ausnahmen zum Arzneimittelgesetz durch eine Rechtsverordnung festzulegen. Das heißt, wir haben hier gesetzliche Regelungen für den Normalfall und für den Ausnahmefall, aber es bleibt alles rechtlich reguliert. Wir kennen das im Völkerrecht in Bezug auf bestimmte Umweltgüter, die als globale Güter bezeichnet werden und die von allen Staaten geschützt werden müssen und die von niemand verbraucht werden dürfen. Aber allein aus der Bezeichnung für den Impfstoff folgt das noch nicht, sondern wir bräuchten einen völkerrechtlichen Vertrag. Das heißt, wenn es ernst gemeint ist mit der These, dass es sich um ein globales öffentliches Gut handelt, was möglichst allen Bedürftigen zur Verfügung stehen soll zu einem fairen Preis, dann sollte das in entsprechenden Staaten Deklarationen der G7 oder G20 auch verankert werden. Das ist zwar kein völkerrechtlicher Vertrag, aber immerhin Soft-Law und deswegen relevant. Was wir auch bedenken sollten, ist, dass das nationale Recht schon Möglichkeiten gibt, im Rahmen des Patentgesetzes sowohl eine staatliche Nutzung anzuordnen, als auch Zwangslizenzen anzuordnen, wenn es um öffentliche Güter geht. Das heißt, für die Auslegung des nationalen Patentgesetzes könnte es schon eine Rolle spielen, dass dieser Begriff des globalen öffentlichen Gutes von der Regierung genannt wird. Wir haben im Infektionsschutzgesetz eine gesetzliche Grundlage, aber nicht für eine generelle Impfpflicht, sondern nur mit Blick auf bedrohte Teile der Bevölkerung, wenn es sich um eine Krankheit, übertragbare Krankheit handelt, die einen schweren Verlauf nehmen könnte. Darunter könnte wohl Covid-19 fallen, aber dennoch würde ich argumentieren, auch wenn der Bundesgesundheitsminister eine entsprechende Rechtsverordnung erlassen würde, um eine solche Impfpflicht anzuordnen, was gesetzlich möglich wäre, dass das eben den Vorgaben entsprechen muss, den grundgesetzlichen Vorgaben. Das heißt, dass die Impfpflicht dennoch verhältnismäßig bleiben muss. Und bei Covid-19 ist eben die große Frage, ob wir nicht mildere Mittel haben und deswegen eine Impfpflicht vermeiden könnten. Zudem würde ich politisch immer argumentieren, aber auch im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, dass es erst mal wichtiger ist, aufzuklären und zu informieren, zu beraten, gegebenenfalls auch zwangsweise zu beraten, bevor wirklich dieses massive Mittel der Impfpflicht eingesetzt wird. Ich wäre skeptisch, ob das überhaupt jemals bei Covid-19 der Fall sein kann und würde das im Moment verneinen. Man könnte natürlich argumentieren, mit Blick auf die Autonomie des Menschen, wenn eine Einwilligung vorliegt und die Einwilligung auf einer Aufklärung beruht, dass dies der Autonomie des jeweiligen Probanden entspricht, wenn er sich eben im Dienste der Wissenschaft für solche Versuche zur Verfügung stellen will. Andererseits, und so würde ich argumentieren, könnte man aber auch die Frage stellen, ob man wirklich hinreichend überhaupt aufklären kann in diesen Fällen. Wer kann denn genau dieses kumulierte Risiko berechnen, quantifizieren oder auch qualifizieren, mit Blick auf diese Kombination unbekannter Impfstoff, der sich noch in der Testphase befindet, einerseits, und andererseits die Risiken einer Covid-19-Erkrankung, die man auch für junge, gesunde Personen nicht im Einzelfall wirklich vorhersagen kann. Das ist der eine Punkt. Zum anderen können wir mit Blick auf die Menschenwürde argumentieren, dass eine Menschenwürdeverletzung auch vorliegen kann, wenn die Einwilligung einer Person gegeben ist, nämlich immer dann, wenn er dennoch verobjektiviert wird, also als Objekt benutzt wird. Und man könnte die Frage stellen, ob jemand, der nicht geheilt wird, sondern krank gemacht wird, im Dienste der Wissenschaft nicht zu sehr zum Objekt gemacht wird, selbst wenn er freiwillig einwilligt. Wenn der Wissenschaft nicht zu sehr, sehr, sehr gut macht, wie es ist, dass die ein bisschen in der Freiheit, sagen wir es ganz gut, äh, dass es ein bisschen in der Freiheit ist. Und er hat sich vor,